Es gab in dieser Zeit während und nach dem Krieg mehrere Möglichkeiten, sich zu verhalten. Man konnte sich politisieren wie Johannes R. Becher und Brecht als Kommunisten, wie Tucholsky und Kästen als Sozialdemokraten, wie Hoffmannsthal als konservativer Monarchist, wie Rilke als schöngeistiger Einzelgänger, der sich weigerte, seine Zeit zu beschreiben, wie George, der versuchte, seine Homosexualität zu leben und mehr an der Form seiner Dichtung interessiert war, als an Inhalten. Wie Ben als egomanischer Übermensch auf Nietzsche Spuren oder aber wie die Handvoll junger Männer, die im Februar 1916 mitten im Krieg in der Zürcher Spiegelgasse im Cabaret Voltaire das aus der Taufe hoben, was im Deutschen in der Kindersprache ein Hottehü, ein Pferdchen ist und im Französischen von den Kindern Dada ausgesprochen wird und dasselbe meint. Eins der ersten Dada-Gedichte stammt von Hugo Ball und beschreibt eine Karawane, die natürlich nicht aus Dadas aus Hottehüs besteht, sondern aus Kamelen. Karawane von Hugo Ball Jolifanto Bambla o Fali Bambla Groschigam Fahabla Horem Egigagoramen Higobloiko Russulu Huyu Holaka Holala Anlogobung Blagobung Blagobung Bosso Fataka Üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Der Kopf dieser Gruppe, die aus Hugo Ball, Tristan Zara, Richard Hülsenbeck und Emmi Hennings bestand, war Hans Arp. 1887 ist er in Straßburg geboren und hat nach dem Abitur dort und in Weimar Kunst studiert. Nach dem Studium ging der 22-Jährige in die Schweiz. Ich wusste nie, wohin ich als Elsässer gehörte. Ich habe das immer sehr schmerzlich empfunden, schrieb er. Er nimmt 1911 zur Münchner Gruppe Der Blaue Reiter um Kandinsky, Paul Klee und Franz Marc Kontakt auf. Er veröffentlicht 1913 in Herbert Waldens Berliner Zeitschrift Der Sturm seine Texte, arbeitet ein Jahr später mit Max Ernst in Köln zusammen, geht 1915 nach Paris, um mit den nahezu gleichaltrigen Malern Modigliani und Picasso und dem Dichter Apollinaire seine Doppelbegabung als bildender und schreibender Künstler weiterzuentwickeln. 1916 ist er wieder in der Schweiz, um in einer Kneipe in der Spiegelgasse in Zürich das Cabaret Voltaire zu gründen. Die Wolkenpumpe Achtung, Achtung, Achtung! Sensation, Position, Halluzination! Qualitäts-Dada, Copyright by Stigiman, Hannover, ARP, ARP, ist einer der fünf großen dadaistischen Päpste, Begründer des Dadaismus, Original-Dada, echter Spiegelgasse-Dada, Nicht zu verwechseln mit den Spiegelberger-Dadas. Jedermann weiß es, jedes Kind kennt ihn, jeder Greis grüßt ihn, ehrfürchtig und raunt dazu, Aaaaah, da kommt der ARP! Ich, Stigiman, habe das Copyright für die Wolkenpumpe. In den Laubwäldern zirpen die Laubsägen der havarierten Vögel, Die zinnoberroten Bechertiere schieben sich ineinander wie chinesische Schachteln, Die Hampelsterne, Hampelblumen und Hampelmänner durchschneiden ihre Bindfäden, An allen Enden stehen jetzt Dadaisten auf, Aber es sind im Grunde nur vermummte Deffräger, Die wie diese österreicher Bauern realistisch malen. Sie ahmen den Zungenschlag und das Zungenzucken der Wolkenpumpe nach. Ein fürchterliches Menetekel-Zeppelin wird ihnen bereitet werden, Und die dadaistische Hauskapelle wird ihnen was blasen. Man wird sie den Raupen zum Fraß hinwerfen Und ihnen Bärte an falsche Stellen pflanzen, An Sternenlassos werden sie baumeln. Die Original-Dadaisten sind nur die Spiegelgasse-Dadaisten. Man hüte sich vor Nachahmungen, Man verlange in den Buchgeschäften nur Spiegelgasse-Dadaisten Oder wenigstens Werke, die mit Aqua Dada Tinta Vom dadaistischen Rasputin und Spiritus Rector Zar Tristan Genetzt worden sind. Und ich, Stigyman Hanover, Habe das Copyright! Später schrieb Arp über diese Dada-Kunst, Der natürlich weitgehend Unverständnis und oft auch Hass entgegenschlug. Wir suchten eine elementare Kunst, Die den Menschen vom Wahnsinn der Zeit heilen sollte Und suchten zudem eine neue Ordnung, Die das Gleichgewicht zwischen Himmel und Hölle herstellen sollte. Das versuchte Hans Arp, Der sich in Frankreich Jean mit Vornamen nannte, Auch in der Bildhauerei, In der er weiche, runde, abstrakte Formen schuf. Er sagte, Das ist kein Rüpel-Spiel gewesen. Ich wollte die Menschheit Aus ihrer erbärmlichen Trägheit In einer Welt voller Verrücktheit und Mord aufschrecken. Und Jean-Paul Sartre meinte, Er wollte dem Wort Seine Gebräuchlichkeit austreiben. Weißt du, schwarzt du? So der Titel des nächsten Gedichtes. Sie sehen ein Quadrat, Einen Kreis, Einen Punkt Und drehen sich auf den Punkt, Pünktlich um Und wieder um Und gehen weiter Und wollen nicht ausratten Auf der Rattenmatte Auf der zwölftesten Platte Und kürzen das Kurze Und verlängern das Lange Und verdünnen das Dünne Und verdicken das Dicke Und bleiben uns Und bleiben uns Als ein schabernakalisches Scheinmanöver anzusehen Was wir auf dieser Erde Zum Besten gaben Wir sind Und Und Wir sind